Herr Schneiders, Sie unterscheiden in Ihrem Artikel zwischen Islamfeindlichkeit, Islamskepsis und Islamkritik. Wo ziehen Sie denn die Grenze zwischen diesen Begriffen? Eine genaue Grenze zu ziehen ist schwierig. Deswegen gibt es, glaube ich, auch diese drei Begriffe, beziehungsweise die Notwendigkeit, diese drei Begriffe zu ziehen. Man kann bestimmte Verhaltensweisen feststellen und die dann zuordnen, beispielsweise als islamfeindlich, als islamskepsis oder auch als islamkritisch. Aber wo da genau die Grenzen liegen, das ist genau das Problem und das macht es auch so schwierig. Es gibt im Grunde keine klare Grenze, sondern es geht ineinander über. Aber können Sie da mal zum Beispiel ein Beispiel nennen, was für eine Aussage wäre Islamfeindlichkeit und was wäre eine legitime Kritik am Islam? Man kann sich im Groben das so vorstellen, dass Aussagen, die eine abwägende Grundhaltung haben, die nicht aus einer bestimmten Ideologie heraus Kritik üben beispielsweise, dass man so etwas als seriöse, als fundierte Kritik ansehen kann. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Eigeninteresse verfolge und da Kritik missbrauche insofern, dann bewegt man sich im Bereich der Islamfeindlichkeit. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, das Beispiel Jugendkriminalität. Die Bundesfamilienministerin Christina Schröder hat vor einigen Jahren davon gesprochen, es gäbe eine höhere Gewaltneigung unter muslimischen Jugendlichen als unter deutschen Jugendlichen. Was ist das Problematische an dieser Äußerung? Zum einen ist es interessant und bemerkenswert festzustellen, dass hier Muslime und Deutsche gegenübergestellt werden. Dann ist das Problem an einer solchen Aussage, dass ein soziales Phänomen, ein Verhaltensphänomen an einem Punkt festgemacht wird, an einer Ursache, an einer Begründung. In dem Fall nämlich der Religionszugehörigkeit. Und das ist schlicht illegitim, weil ein Verhalten sich nicht allein aus einer religiösen Zugehörigkeit begründet, sondern viel verschiedene Ursachen hat. Es gibt aber ja auch subtilere Argumentationsstrategien, zum Beispiel vermeintliche Wahrheiten, die immer wieder angeführt werden, aber nicht mehr hinterfragt werden. Können Sie uns dazu ein Beispiel nennen? Ja, ein klassisches Beispiel ist der Fall, dass Muslime ihre Töchter permanent vom schulischen Schwimmunterricht abmelden würden. Das ist ein Argument, das immer wieder auftaucht in verschiedensten Bereichen. Es wird von Politikern angesprochen, es wird von Journalisten angesprochen. Und kaum einer macht sich die Mühe, das noch zu hinterfragen. Es gilt sozusagen als quasi tatsächlich und quasi realistisch. Haben Sie das denn überprüft? Also ich selber habe es nicht überprüft, aber es gibt einmal eine Studie dazu, die zu einem völlig anderen Ergebnis kommt. Und ein Journalist von der Zeit, der Martin Spiewak, hat sich die Mühe gemacht, wirklich einmal alle Ministerien und Ämter in Deutschland abzutelefonieren. Und kam eben zu dem Ergebnis, dass das kein Problem ist. Also das bedeutet nicht, dass man nicht an Schulen auf solche Fälle trifft. Aber es ist kein verbreitetes Problem, es ist kein Massenproblem. Sie kritisieren in Ihrem Artikel auch eine Argumentation, die einerseits für die Religionsfreiheit von Muslimen eintritt, aber immer mit dem Zusatz, damit auch die Religionsfreiheit der Christen zu schützen. Also ein Beispiel wäre die Debatte über das Minarettverbot. Da geht die Argumentation dann so, wenn wir Minarette verbieten, werden bald auch Kirchenglocken verboten. Aber gehen Sie damit der Kritik nicht etwas zu weit, denn hier wird die Religionsfreiheit, auch die der Muslime, doch gerade verteidigt. Das ist richtig. Das würde ich auch so nicht unterschreiben, dass ich das kritisiere, sondern ich weise nur darauf hin und stelle zur Debatte, inwiefern das lauter ist oder inwiefern das unlauter ist, wenn ich eigentlich den Zweck habe, das Christentum zu schützen und dafür aber Muslime instrumentalisiere. In dieser Untersuchung beschäftigen Sie sich explizit mit den Unionsparteien. Ist das Problem von islamfeindlichen Argumentationslinien denn speziell ein Problem in den Unionsparteien oder lässt sich das auch im gesamten Parteienspektrum feststellen? Also es lässt sich definitiv im gesamten Parteienspektrum feststellen. Es ist nur so, dass vielleicht auch von der Anlage her die Unionsparteien dieser Thematik eher zuneigen. Darüber gibt es mittlerweile auch mehrere Studien, die genau zu diesem Ergebnis führen. Das heißt, dass das Thema Islam allgemein, insbesondere für Unionspolitiker, eine größere Rolle spielt, dass sie häufiger diese Themen ansprechen und dass sie häufiger in diesem Zusammenhang auch dazu neigen, in Richtung Islamfeindlichkeit zu tendieren. Ich würde an der Stelle auch nochmal vorsichtig sein und auch einschränken wollen, dass nicht jede Äußerung zum Islam und auch nicht jede negative, abwertende Äußerung von Politikern, dass die gleich mit Islamfeindlichkeit gleichzusetzen wäre. Politiker haben immer auch das Ziel, und das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt, der dahinter steckt, haben das Ziel, Wählerstimmen auf sich zu vereinigen, für ihre Partei zu gewinnen. Und damit müssen sie ein Ohr sozusagen am Volk haben, versuchen, Stimmungen aufzugreifen und dann Stimmungen in Politik umzusetzen. Woran liegt das, wenn das stimmt, dass das vor allem Politiker der Unionsparteien tun? Ist das konservative Spektrum in der Bevölkerung dafür empfänglicher? Auf der anderen Seite hat es ja nämlich auch die umstrittenen Äußerungen von Thilo Sarrazin gegeben, der nun mal SPD-Mitglied ist. Ja, es hat definitiv nichts mit Konservatismus zu tun allein. Es mag sein, dass Leute, die ein konservativeres Weltbild vertreten, eher dazu neigen. Aber, wie Sie zu Recht sagen, es gibt auch durchaus islamfeindliche Stimmungen in allen anderen Parteien. Die SPD muss man da sicherlich auch nochmal herausnehmen. Es gibt Untersuchungen zur Kopftuchgesetzgebung in Deutschland. Und die SPD hat bei diesen Verboten eine ganz unterschiedliche Haltung, eine ganz konfuse Haltung, möchte ich sagen, eingenommen. Mal hat sie dafür gestimmt, mal hat sie dagegen gestimmt. Und ich glaube, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir hier immer noch uns im Bereich von Volksparteien bewegen, sowohl bei der CDU als auch bei der SPD. Und das ist im Zusammenhang mit Thilo Sarrazin ja auch deutlich geworden, dass es sehr viele Mitglieder in der SPD gab, die hier eine Sympathie für Herrn Sarrazin hegten und seine Äußerungen zum und im Buch Deutschland schafft sich ab. Und da sind natürlich auch SPD-Politiker so aufgetreten, dass sie versucht haben, diese Stimmungen aufzugreifen und sich dann auch eindeutig islamfeindliche Haltungen zumindest, ja, ich will nicht sagen zu eigen gemacht haben, aber doch mit denen gearbeitet haben, hantiert haben. Vielen Dank. Vielen Dank.